Heftig. Heftig der Typ. Egal, ich schaffe ihn. Mich nervt nur immer dieser riesenlange Weg. Dieser Kackweg immer. Na ja, halt's Maul. Ja, mach dein Kumpel kalt. Okay. Boah, war's knapp wieder. Drecksviecher. Irgendwann mal kommt wieder ein Gegner. Ich hab's gewusst, dass jetzt wieder ein Gegner kommt. Der... Der... Muss den Großen kaputt machen. Alter. Ich muss den Großen kaputt machen. Oh, der ist aus dem Straucheln gekommen, verdammt. Nicht verledigen. Du weißt aufrecht. Komm, 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 komm. Jawohl. Ja, genau. Keine Ableckungen mehr. Ja, genau. Indem du mich hineinkennst die ganze Zeit. Drecksack, ey. Ländiger. Keine Ahnung, Alter. Cool. Meine Ahnung. Meine Ahnung, ich bin nicht zögert. Zitterst du mir. Meine auch nicht. Komm schon. Ich bringe es zu Ende. Nein. 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 Ich hatte ihn fast so viel. Verdammt. Mist. Ich schaff' den. Ich schaff' den. Tschüss. Ah. Gott. Was? Wow. Junge. Gleich mal ballert wieder hier. Nö. Jetzt hat er mir auch noch was genommen, Alter. Das gibt's doch nicht. Mir hat ein bisschen Energie genommen, weil er mich geprügelt hat. Die Sackratte. Warte mal. Nein, da geht's nicht hoch. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Okay. Okay. Ah. Tak, 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 tak. Zack. 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 Nein. Super. Was ist das denn? Scheiße. Nein. Ach. Ah, nein. Alter, was ist los mit euch? Ja. Oh Gott. Nein, nein. Ich bin ein echter Kämpfer. Oh Gott. Nein. Okay. So fast. Okay, jetzt aber. Das ist ein echter Kämpfer. Ja, ich bin ein echter Kämpfer. Penner. Zu langsam. Au. Jetzt holt dich der Tod. Komm schon, wir gehen die Kämpfe. Alter, ich blocke. Eine Fresse, Alter. Ja. Geht noch nicht auf. Oh. Ich will mehr. Oh. Ich brauche einen. Oh. Oh. Komm schon. Ich versuch's ja. Ja. Komm schon, der hat nur noch ein Pfitzelchen. Ich muss nur noch durch seine Haltung kommen. Ja. Yes. Ich habe einen Truppler mit schwarz-roter Rüstung ausgeschaltet. Wie auf Bracker. Auslöschungstruppler. Wir jagen ausschließlich Jedi. Kommen jetzt Inquisitoren? Möglich, aber Bracker ist weit weg. Vielleicht denken sie, Auslöschungstruppler reichen. Oder sie bremsen dich absichtlich aus. Bleib wachsam. Elektroauslöschungstruppler. Leck mich am Arsch. Ist der böse. Junge, 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 Junge. Führt ihre Elektrostell bei allen Pfizzen schnellerer Hiebe aus. Sind nach dem ersten Angriff aber verwundbar. flinke Gegenangriffe, die Attacken ausweichen und diese parieren können. Huh. Gehen wir, BD1. Ein ausgezeichneter Fund. Er bedarf meiner persönlichen Einschätzung. Ja, Mann. Ein ausgezeichneter Fund. Was ist denn da drin? Oh, okay. Was ist das, BD1? Ein neuer BD1-Skin. Der da oben? Ist ein bisschen schmutziger. Ne, es ist... Ah, okay. Ne, den hatte ich ja. Das ist der neue. Der ist so grünlich. Ah, warum nicht? Was ist da? Neues Lichtschwertmaterialien. Jawohl, ja. Abkürzung freigeschaltet. Jawohl. Nice. Okay. Ausruhen. So, jetzt, äh... Kann ich auch noch einen Punkt... Okay, einen Punkt kann ich auch noch vergeben. Was nehmen wir denn? Was ist das? Erweiterte Machtregeneration. Mehr Macht? Geht nicht, oder? Doch. Die Macht erhöhen oder Energie erhöhen? Oder Schwertkunst erhöhen? Best verbessern? Was ist das? Blasterbolzen automatisch ab. Ach was. Wie geil ist das denn? Das ist ja cool. Wenn ich jetzt renne, dann... Ah, dann tut er automatisch... Ab. Ja, das ist ja geil. Klar, gekauft. Sehr nice. Okay. Danach... Muss ich mal meine... Äh, ja. Ne? Verbessern. Also, ich will jetzt mal kurz in den... Also, ich weiß ja, dass ich hier hinkomme, wo ich schon mal war. Aber wo komme ich auf der anderen Seite hin? Das würde ich jetzt noch kurz testen. Ja. Was hast du gerade gesagt? Ja, ich dachte, ich krieg dich nicht. Oh, Gott. Gut. Hier rein wollte ich. Hey, Spear. Ich bin unter einer imperialen Ausgrabung. Sie sind viel weiter als gedacht. Das ist im Moment unsichtig. Das Imperium hat dich als den Jedi von Bracker identifiziert. Wir suchen bereits nach der Mantis. Könnt ihr mit der Mantis weg? Ein Triebwerkstach ist zu riskant. Durch die Entladung würden sie sofort auf uns aufmerksam. Ich komme so schnell wie möglich. Dann zurück zur Mantis. Mal gucken, wo mich dieser Fahrstuhl hinbringt. Okay. Abkürzung freigeschaltet. Ah. Guck an. Guck an. Ach, die sind auch wieder da. Die nagen hier schon wieder an einem. Zack. Au. Verdammtes Mistvieh. Okay. Ach, du Scheiße. Das ist ein 8080. Nee. Nein. Ah, dann 8080. Ich werde mal doch ganz kurz hier speichern. Ja. Meditieren, besser gesagt. Moment mal. Okay. Aber... Hä? Wo... Hä? Okay, da unten war ich aber noch nicht. Also gut. Juhu. Oh nein. Ciao. Hopp. 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 Ja, Mann. Nice. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Äh. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ach, komm. Ist das behindert. Jetzt kann ich wieder nach oben fahren. Erst kann ich jetzt wieder ewig lang warten, bis es runterkommt. Ach, da kommt es ja schon. Okay. Okay. Und dann wieder. Voll für den Popo. Aber ich habe mir das sowieso gedacht, dass es hier wieder runter geht. Aber egal. Jetzt wissen wir das auch. Jetzt geht es zum 8080. Ich soll gegen einen 8080 kämpfen. Na, ganz toll. Einen verdammten Kampfläufer. Die Luft ist da hinten, BD1. Das geht's. Wo ist er hin? Kerl, ein Kampfläufer schießt auf uns und wir haben keine Waffen. Ist er das? Er soll sofort sein hinten. Durchhalten. Bin unterwegs. Er steht nur rum. Hallo. Oh ja, ein 8080. Stimmt, die 8080 sind ja die anderen. Oh, es sind ja die fetten. Oh. Alter. Die heißen ja 8080. Alter. Wie soll ich denn die platt machen? Fuß. Ah, Fuß. Au. Der lässt Granaten fallen. Ja. Dieser 8080 ist ja übel. Die voll verwechselt. Okay. Gut, dass ich gespeichert habe. Scheiß auf die. Scheiß auf die. Oh Mann, echt. Go, go, go. Machen wir ein Blatt. Au. Ja, doch. Das war doch richtig. Boah, der hat ja. Jawohl. Zack, zack, zack. Zack, zack. Au. Warum explodiert der eigentlich nicht selber bei dem Waff? Oh. Au. Ja, 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 ja. Gut, dass ich das gekauft habe. Äh. Au. Vereilung. Okay. Ich habe ihn gleich. Au. Oh, diese Stromdinger. Die sind übel. Zack, 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 zack. Jawohl. Aua. Wuhu. Hey, die Esti, kann eigene Granaten und Raketen sabotiert werden. Ah, okay. Kann ich wieder zurückschicken. Beine sind verwundbar. Ja, das haben wir ja rausgefunden. Hey. Da ist ja noch einer. Der Pilot. Okay. Das war's. Nicht zu ihm weg hier. Gute Arbeit, Kleiner. Hey, du hast ein paar echt starke Moves. Sag mir nur, dass der Besuch nicht umsonst war. Ich habe das Grab eines Seffo-Waisen gefunden. Sie haben die Macht genutzt. Eine hochentwickelte Zivilisation von Machtnutzern verschwindet einfach. Kein Wunder, dass Meister Cordoba von ihnen besessen war. Was war sonst noch? Vor ihrem Verschwinden reisten die Seffo zum Planeten Kashyyyk. Ah. Cordoba hat einen Wookie-Freund namens Tafu. Können wir ihn aufspüren? Kashyyyk. Also, die Situation ist echt schlimm dort. Das Imperium setzt den armen Wookie. Ist wirklich ganz übel zu. Dann sollten wir kampfbereit sein. Du genießt dein neues Leben wohl. Das mit dem Kampfläufer hatte ich selbstbewusster gemacht. Also, was ist das für ein Gefühl? Ihr meint mit der Macht? Ja, mit der Macht. Du hast gesagt, es kann einen überwältigen. Doch habe ich mich nicht umgebracht. Reden wir nicht darüber. Ja gut. Ich verstehe. Besser als du denkst. Warum hat ihr aufgehört, die Macht zu nutzen? Als die Auslöschung begann und die Klone uns angriffen, haben mein Padawan und ich uns mit einigen Jünglingen versteckt. Aber es ging nicht lange gut. Imperiale Patrouillen waren kurz davor, uns zu entdecken. Ich wollte sie von meinem Padawan-Triller weglocken. Sie blieb zurück bei den Jünglingen. Ich wurde geschnappt. Und sie folterten mich. Sie wollten mehr über die anderen erfahren. Wie viele es waren. Aber vor allen Dingen ging es ihnen um... ...Cordova. Und sein Ziel. Bei ihr seid entkommen. Ja. Bei einem Gefängnisaufstand. Es bot sich eine Gelegenheit und ich ergriff sie. Sie hatten mich fast gebrochen. Und ich bin nicht mehr dieselbe wie früher, Kerl. Euer Padawan. Hat sie überlenkt? Nein. Und darum können wir nicht aufgeben. Die Entbehrungen derer, die uns am nächsten standen, wären. Umsonst gewesen. Das war's.